Wow, ist viel los im Markt heute, da muss ich unbedingt runter. Schnell, 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 so sind die Brote wieder ausverkauft. Aus dem Weg. Oh, es ist wirklich, es ist wirklich. Oh mein Gott, nein, so eine lange Schlange. Oh, hier die Geld. Entschuldigung, Entschuldigung, darf ich einmal hier durch? Danke, danke. Hallo. Haben Sie für einen armen Mann wie mir noch etwas Brot? Ich habe drei Münzen. Oh, oh. Oh, das ist das beste Brot in der Stadt. Vielen Dank. Ein Küß. Mann, ist heute hier viel los. Was ein toller Tag. Ah, jetzt noch einen schönen Abendspaziergang bei diesem wunderbaren, warmen Regenwetter. Wow, ist das schön. Was ist das da vorne? Oh Gott. Hilfe, Hilfe. Was soll ich tun? Was war das? Ich muss hier unbedingt weg. Wer bist du? Hey, hast du gerade auch diese komische Kreatur gesehen? Ja, die hat mich verfolgt. Was war das überhaupt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe mich hier versteckt und habe ein bisschen gewartet, bis die Kreatur weg ist. Okay, dann sollten wir irgendwo hin, wo es sicher ist oder nicht? Komm mit, komm mit. Ich glaube, hier können wir reingehen. Okay. Boah, lass schnell hier weg. Ich glaube nicht. Was hast du denn jetzt vor? Ich habe dich beim Markt beobachtet. Gib mir all deine Brote. Nein, niemals. Oh doch. Was? Ich bin zu Hause. Was ist das denn? Oh Gott. Es war nur ein Traum. Aber mein Brot wurde geklaut. Was? Find mich. Wer ist das denn schon wieder? Oh, hallo. Entschuldigung. Es wurde bei der Polizei angerufen und gesagt, dass hier Schrei aus ihrem Apartment kommen. Ist das richtig? Ja, ich habe ganz, ganz schlecht geträumt. Aber ich habe ein anderes Problem. Also es ist richtig gut, dass sie da sind. Fahren Sie fort, ja? Ich wurde letzte Nacht ausgeraubt. Mir wurde mit einem Schlagstock auf den Kopf gehauen. Und mein Brot wurde einfach geklaut. Sehen Sie deswegen so aus, wie Sie aussehen? Ich sehe doch ganz normal aus. Ja, alles gut, alles gut. Egal. Ich habe auf jeden Fall ein Bild von dem Verbrecher. Kommen Sie mit. Kommen Sie mit. Hier, das ist er. Was ist hier los? Ich bin ein Huhn. Immer diese Hühner, ey. Ja, ähm, Dankeschön. Das werde ich auf jeden Fall mitnehmen und Ihnen dann Bescheid sagen, sobald wir diesen Dieb hier gefasst haben. Ich begleite Sie aber auf jeden Fall, damit ich direkt eine Aussage bei der Polizei machen kann. Ich möchte hier mal einmal kurz die Aussicht genießen. Alter. Oh, okay. Alles klar. Wunderschön hier, wo Sie wohnen, Herr Kirum. Ja. Warte mal. Warte mal. Das ist da unten. Ist doch dieser Furry. Tatsächlich. Der läuft da. Schnell. Wir nehmen den Aufzug. Komm schnell. Wir finden den Dieb. Let's go. Wo ist er hin? Schnell in die Richtung hier ran. Guck mal, guck mal, guck mal. Hier, der Gully-Deckel ist daneben. Der ist hundertprozentig rein. Also, lass da rein. Drei. Oh, okay. Angst. Zwei. Eins. Und let's go. Oh, mein Gott. Oh, wir sind in der Kanalisation. Es sind sogar Taschenlampen. Soll ich vorausgehen oder du? Okay, du bitte. Du bist der Polizist. Du hast recht. Ich bemute dich. Ich bin der Polizist. Irgendwie habe ich da was gesehen, aber egal. Lass uns weiter. Ich glaube, du bist am Trippen. Oh, nein. Du hast recht. Du hast recht. Ich bin immer am Trippen. Ich gehe hier lang. Komm hier lang am besten. Komm hier lang. Oh, mein Gott. Er steht hinter mir, oder? Was? Wo ist der Polizist hin? Oh, Gott. Ich muss hier raus. Wo ging es nochmal hier lang? Oh, von hier kommen wir. Oh, Gott. Es ist schon dunkel und ich komme hier nicht raus. Verdammt. Was soll ich nur tun? Der Polizist ist einfach weg. Oh, eine Leiter. Oh, bitte. Es geht hier raus. Hier ist eine Tür. Aber kein Hebel. Hier muss doch einer sein. Oh, perfekt. Ah, was geht hier rum? Wo bin ich denn jetzt oben? Ah, Gott. Was? Hä? Ich bin draußen. Oh, was ist das denn? Ich glaube, ich sollte mal da hin. Vielleicht finde ich hier antworten. Alles verbarrikadiert? Hallo? Hallo? Ist hier jemand? Warum ist hier alles verbarrikadiert? Was geht hier ab? Hallo? Oh, Gott. Hallo? Wer sind sie? Was stimmt mit dem denn nicht? Ich unterwerfe dich. Was ging hier ab? Hä? Hä? Wo ist der hin? Unterwerfe dich. Hä? Oder du wirst hier enden. Oh, Gott. Niemals. Lass mich hier weg. Was? Du musst Golo folgen. Lass mich hier weg, Mann. Golo. Was? Du musst Golo folgen. Niemals. Oh, Gott. Lass mich hier raus. Ich will hier raus. Und sofort nach Hause. Schnell. Endlich zu Hause. Mein Gott. Schnell ins Bett. Ich will nicht mehr. Okay. Ich bin wach. Was ist heute für ein Tag? Oh, verdammt. Mein Kopf. Ich will da nie wieder zurück. Was? Der Markt ist wieder. Ich muss da sofort runter. Schnell, schnell, schnell. Oh, hallo? Hallo? Aber der Brotverkäufer ist gar nicht da. Warum steht die Halle an? Was ist? Neu. Was passiert hier? Warum nehmen die mich nicht wahr? Ich gehe lieber wieder nach Hause. Das hat ja alles keinen Wert. Hä? Was? Wie komme ich hier wieder her? Ist doch da, wo dieser verrückte Anbieter war. Für immer. Golo. Hoch lebe er. Was sind das hier für Zeichen? Ich bin jetzt so in einem Alptraum oder so. Warum? Ich will einfach hier raus. Was passiert mit mir? Wo sind plötzlich die ganzen Leute hin? Doch ist die Golo-Geschichte je zu Ende erzählt worden? Nein. Das wurde sie nicht. Schreibt mir in die Kommentare, die Geschichte von neu auferlebt werden soll als langes Video. Und als ausschlaggebendes Argument möchte ich 1000 Likes auf dieses Video hier sehen, dass ich mir ganz sicher sein kann, dass ihr Lust auf so ein Projekt habt. Bis später. Bis zum nächsten Mal.